Das ist doch da hinten nicht wahr, ihr Gammel-Ottos! Ab zur Schule! Sieht aus wie ein Knutschbär! Ey, was machst du denn hier? Meine Beine rasieren. Ey, hör den Müll auf, Estefania! Warum darfst denn? Und nächste Woche ist deine Susi dran, oder was? Ich glaube, euch zieht es langsam den Schritt normal. Wie alt ist der überhaupt? 14. 14? Ja. Da juckt die Flöte auch schon zwischendurch nach. Okay, reich noch übertreiblich, bitte. Estefania hat sich eben rausgestellt. Erst hat sie mich ja beschummelt. Hat jetzt auch einen Freund. Jetzt kannst du dir vorstellen, das ist genau so eine Irne wie die zwei. Herzlichen Glückwunsch! Da mal jeweils den ganzen Zoo. Für die Pyjama-Party hat die sich so einen aufblasbaren BH da gekauft. Ja, mit so Puschdinger da drinnen. Der tut den Schwanz jetzt schon einziehen, bevor er ihn ausfährt, Kind. Was ist denn chillen? Das kenne ich nur als Chili in der Dose und zum Gewürzen. Ja, so weit brauchen wir ja nicht gehen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir weiterhin aussieht. Ich war nicht deine Hebamme und hab dich auch nicht gewickelt. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, Entschuldigung!